Tagesbotschaft Single-Dasein Wissen ist Macht Die Antworten auf deine Fragen findest du dann, wenn du dich mit Themen wie Karma-Arbeit, dem Resonanzgesetz, die Macht der Worte, positive Gedankenkraft, Wunschbestellungsuniversum und der Spiritualität an sich beschäftigst. Die universellen Gesetze des Lebens, der Liebe und eines erfüllten Lebens sind einfach zu erreichen, zu erlernen, als du denkst. Es bedarf nur Absichtsbekundung deinerseits, jetzt etwas zu ändern. Nur ein kleiner Schritt in die Handlung, in die Aktivität und das Leben und die Liebe sagt wieder Ja. Ja, zu dir und deinen Wünschen und Träumen, tu es, was hast du zu verlieren, ja. Also hier steht viel Karma-Arbeit, ja, so eine herausfordernde Zeit für dich in Sachen Liebe. Das ist eine Aufgabe, ja. Du bist unsicher, genau, ja. Du bist sehr, sehr unsicher in Sachen Liebe. Und in der Vergangenheit musst du mehr Verantwortung übernehmen, ja. Für dich selbst, nicht für anderen, ja. Und du musst verantwortlich, ja, du bist verantwortlich für alles, was in deinem Leben, Liebesleben passiert ist, bis da, bis jetzt. Du hast viel, vieles Karma aufzulösen, ja. Karma-Arbeit, Positivität, positiv mehr denken, an die Liebe glauben, verstehst du? Ja, und dann, wenn du wirklich das in die Hand nimmst, ja, Wissen ist, macht, dann wird dein Weg wieder frei sein, okay. Also nimm das zu Herz, nimm deine Hausaufgaben, mach es, ja. Und dann, wenn du wirklich ganz fest glaubst, kommt wieder Erfolg in Sachen Liebe. Alles Gute. 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 Vielen Dank.